So Freunde, wir sind im größten Riesenrad der Welt. Das ist gut, um seine Höhenangst zu bekämpfen. Oh Gott, oh Gott. Polizei, Polizei ist immer dabei hier. Ansonsten sehr, sehr nice der Aufenthalt in den Emiraten. Es gibt keine Kriminalität. Vermutlich liegt das daran, dass ansonsten die Hand abgehackt wird. Und der einzige Dieb, der unterwegs ist, das bin ich selbst, musste leider einen Adapter mitnehmen im Hotel. Aber das war Notwehr. Der Adapter ist überlebenswichtig. So, das ist die Skyline von Dubai. Dubai, Quatsch, Abu Dhabi. Ich habe mal ganz vergessen, wie wir sind hier. Das ist unglaublich. Ja, Luxushotel kriegt ihr für 50 Euro. Na? Ich würde sagen, ihr könnt nichts verkehrt machen, wenn ihr hierherkommt. Oh Gott, das wackelt. Das wackelt. Mir wird ganz anders. Ich muss Pause machen. Ich bin raus, Freunde. Ich bin raus. Nur nicht hier oben. Vielen Dank.